Hallo, da sind mal wieder. Hallo. Wir wollen ein bisschen die Stadt terrorisieren. Mal wieder? Mal wieder. Oh, guck mal der Mond. Was? Oder? Batman, verdammt. What? Wir müssen hier weg. Ich bin der Stadtjoker. Oh, schade. Ich dachte jetzt, ich fliege durchs Haus. So. Okay. Nachdem wir das schon mal geklärt haben. Ähm, ja. Würde ich sagen, wir wollten die Dominatrix machen, ne? Genau. Jetzt zügig weiter. Und klick. Kehre zum Schiff zurück. Na toll. Dann kehren wir mal zum Schiff zurück. Oh, guten Morgen. Ah, so. Und hier? Äh, hier. Äh, ja. Ach, das ist ja praktisch. Das ging klott. So, what exactly is Enter the Dominatrix? Oh, man. Are we really digging that up? It was really weird. It was amazing. Worst idea we've ever had. Really? Script made no sense. Like, at all. Saints Row 4 was way more elegant. Pierce seemed to like it. Of course he liked it. It started off with him as mayor of Steelport. W-w-wait. If Pierce was mayor, that means Mayor Reynolds and you were... Like I said, worst idea we've ever had. My administration was tough. But fair. I'd like to think the boss based their presidential performance on me. Yeah, that didn't happen. Of course, originally, they just booked me for a guest appearance. But I just chewed up the scenery so much, they had to keep me. Of course, I did have to insist on several changes. Such as? Well, for instance, in ETD, that's short for Enter the Dominatrix, the Zinn arrived with much fanfare, assaulting the city of Steelport. But, you know, I don't want to spoil it for you. See the mission and you'll get what I wanted to change. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Zinn is surrounding us. We need to do something. We're heading out. Boss, grab a gun. Time to show Zinnjag with the Saint Samaria. The Zinjs just came out of nowhere. It's insane. I warned you people for years. But you're always... Oh, Kinsey, that's crazy. Schwere Miniklarons. Kinsey and I will meet you out front. Yes! Yes! Two battles! A Multi-Bomber? A Nerfer. Can we all take it? I'm out front. We can only take one. Yeah. Oh, then I have the Multi-Bomber. Okay, where do we have to go? Oh, there on the roof. Oh! Why is here a Nightblade with us? Or is this... Huh? Or is this... Oh, no. No, I didn't. I thought it was Matt. That was Matt. Matt has this costume. But it's time to settle them. You're going down. Zinyak! Bring me the Palschirr. You nailed it! Okay. Oh! That was great. That was definitely. How do you go to the Palschirr? Yeah! E, I think. I think it's E. Oh, there's the platform. I'll be right back. Yeah! We're coming! Also, ich hätte eigentlich noch ein bisschen länger fallen können. Ich höre genau auf den Palschirr. Häh. Mama. Ich mach euch fertig. So, aua. Take them all out! We got your back, Boss! Where is Josh? Who cares? Fokus on the Zinn! People of Earth, surrender to the Zinn Empire and you will be spared. Mostly. The Zinn have already taken over everything. Look at the buildings! They certainly know how to launch an invasion. I'll give them that. I warned you. Kinsey, you really gotta let this go. Not until you apologize for not listening to me. Fine. Kinsey, I'm sorry we sometimes don't listen to your crackpot conspiracy theories. Yeah, we good? I, I don't think you mean that. But, yes. Ja! Nimm die! Nimm die! Nimm die! Nimm die! Oh, jetzt kommt die Roboter! Was ist da los? Oh, oh, oh! Was? Munition ist endlich aufverfügt. Oh, ja! Seh ich gerade. Ich hab noch sechs. Ah, das ist sehr toll. Okay, ich glaube ich hab wahrscheinlich keine... Nein. Hi, KC! Oh! Hier wackelt irgendwie was? Ufos! Okay, das war gut. Welche anderen? Äh, ist es ein Grund für dieses ständige Traum? Oh, ich liebe diese Partie! Was ist denn das? Oh oh, was ist jetzt los? Äh, das ist das Dämonisch. Oh nein, hier kommt es! Es wird die Stadt zu zerstören! Wir müssen was machen! Bleib zurück! Ich... ... werde das anordnen. Josh, jetzt! Nein! Äh! Er ist so wunderschön! Du bist wirklich ein Hero, Josh Burke! Nein! 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 Ja! Ja, ne, ist klar! Ja, wenn ich jedes Auto ausgestochen werde, schließlich auch nicht. Ja! Was Töch Não pulse Damit! Da ist ja! Das heißt, Whatever! Ja! Das ne bewusst auf der Letчи ist hier! Lass es nicht sagen dir, wie ich rifle. Das ist so, wie ich es erinnere. Das war so cool! Ja, schade, dass wir das Budget nicht hatten, um es in den Spiel zu kommen. Nach Ufus. Schießt du gerade, oder werden wir beschossen? Okay, gut. Piers ist Mayor jetzt, weil Bert in SR3 stirbt, richtig? Ja. Aber du und Mayor Reynolds waren dann zusammen, richtig? Genau, mit Viola de Winter. Also, wenn Bert in der Explosion stirbt, dann kann ich nicht, dass du überlebt. Oh, ich hab den Kopf verloren. Ich hab nur noch das gestellt. Das ist aus, die Zähne vorne. Okay, das ist witzig. Äh, warum soll ich hier nicht abfahren? Ich soll weiter geradeaus, okay? Äh, gut. Gut, also mir wird angezeigt, ich soll weiter geradeaus fahren. Ach, hier soll ich jetzt runter, okay. Also, wie, die fahren hier? Die fahren auf jeden Fall im Sitzen auch weiter. Oh, darf ich mal kurz? Äh, oh, jetzt bin ich mit der Brille hängen geblieben. Äh, ja, so. Auf zum Burger. Ui, Alter, mach mal nicht. Keine Ahnung. Oh, hier, hier ist auch gleich jemand. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Oh, Mann, hier bin ich! Äh. Okay, Aliens. Oh, hier, guck mal hier. Oh. Ja, der wird dem Zylinderbruder auf jeden Fall gerade überfahren. Ach, das ist Pierce. Ups. Pierce wird immer von irgendeinem Auto überfahren, was ist das? Also wo ist Zyniak, Piers? Lass uns mein Fahrrad nehmen. Ich zeige dir. Oh, geil. Ne, das ist meins, glaube ich. Achso, ist egal welches? Okay. Zerstören wir die Panzer. So, jetzt ist hier Schloss mit Lustig. Boah, hier, der Piers ist bei mir drin. Ist er bei dir drin auch drin? Ne, da ist keiner drin. Echt nicht, bei mir ist es der Piers drin. So, Mauerplatz hier. Papa kommt. Ich bin gespannt. Wie hast du herausgefunden, wo Zyniak war? Ganz einfach. Ich habe das Zyn-Network gefunden und gefunden, wo die Basis war. Was? Piers ist jetzt ein Hacker? Oh, bald wird Shondi hacken. Eigentlich habe ich auch in Saints Row hacken. Warum bin ich sogar hier? Noch mehr Panzer? Noch mehr Panzer? Mhm. Die kommen von, äh, keine Ahnung. Sollen wir jetzt zu denen hin oder kommen die zu uns? Ich würde hier sich gar nicht bewegen, deswegen. Ah. Okay. Ey. So, macht da Platz hier. Ja. Hm. Okay. Such die Panzer. Such die Panzer. Such die Panzer. Wer hat die, wer der Spiegel mitmacht? Wer hat der Spiegel mitmacht? Ja, wer hat der Spiegel mitmacht? Ich habe keine Ahnung. Also wir müssen die wahrscheinlich wirklich selber suchen. Huh. Er war rot. Musste ich die Ampel wirst immer kurz wegholen. Hey. Nicht rechts überholen. Nicht rechts überholen. Ihr sollt mich nicht rechts überholen. Oh, Panzer. Kein Panzer mehr. Uh. Alter, ich sehe vor lauter Panzer nichts mehr hier. So. Oh, Platz da. Oh, Krankenwagen. Oh, nicht mehr. Der hat dich jetzt gerade überholt, der Krankenwagen. Okay, wir sind fast da. Konfrontiere sie mir. Ach, noch weiter geradeaus. Okay. Konfrontieren wir ihn mal. Ach, da oben. Da oben geht's ja auch. Aha. So, ein UFO ist runter. Weg da. Weg da. Wie soll ich denn da hoch? Ah, okay. Ich dachte, es werden überall Treppen. Deswegen dachte ich gerade... Ah gut, das sind Panzer. Ey. Auf dem Platz. Was? Oh, dieser Platz, dieser Platz hier kommt mir bekannt vor. Hat mir hier nicht Weihnachten gefeiert. Ja. Ja. Ähm. Erster war auch riesig. Was? Ich versuche nur dementsprechend den Panzern auszuweichen. Gleich dafür, wenn du mir immer im Weg stehst. Oh, Roboter. Aha. Ich glaube, wir müssen aus den Panzern aussteigen. Ist eigentlich doof. Will ich gar nicht. Oh, ich höre hier noch. Äh, höre hier noch. Äh, da. Roboter. Ja. Okay. So. Dann mal ab. Oh, der Krankenwagen kann noch fahren. Guter. Oh. Oh. Deine Invasion ist vorbei, Zyniak. Oh, hier geht's. Ja, diese Partie. Das war mein schweizenden Moment. Ich meine, würdest du auf diese Schutzbarreine schauen? Was? Ich meine, das ist einfach nur schweizig. Und jetzt wollen sie es auszutragen, mit diesen schweizenden Brunnen. Oh, nein, nein, nein. Schau dir mit deinem enormen Wettbewerb. Ähm, ooooh. Oh, die Golde. Oh, die sind wirklich so schweizig, nicht wahr? Ja. Okay, das ist es. Ich habe genug gesehen. Ich bin weg. Die Haut von Her. Viel zu leicht. Ja. Die habe ich jetzt auch bekommen. Das war definitiv viel zu leicht. Die Errungenschaft habe ich jetzt auch bekommen. Ich, ich fürchte. Ich weiß, was das für eine Errungenschaft war. Das war, glaube ich, die Errungenschaft, ähm, dass du da ... Dass du der Siniac besiegen musst, ohne zu sterben. Und das war jetzt nicht möglich. Oder vielleicht musste man auch da hinkommen, ohne zu sterben. Irgendwie sowas. Josh Brick und Nightblade. Aber Nightblade konnten wir doch schon. Oh, hier, guck mal, da ist dein Flammenwerfer. Und mein Granatwerfer. Und die Minikanone. Cool. Oh. Ach, das war's schon? Na, es geht bestimmt wieder weiter. Das How the Saints Save Christmas wurde ja auch in mehreren Teilen durchgespielt. Erstmal gucken. Rette den Planeten. Ja, und was kommt jetzt? Gehre zum Schiff zurück. Sind wir. Was, buggelt? Gebaggelt, was? Buggelt, gibt's? Wow, wow. Ja. Ach, kann ja gleich mal gucken, ob's Upgrades irgendwie noch. Upgrades, was gibt's denn da noch? Hier ist alles voll. Gesundheit. Alles voll. Welches Level bist du jetzt eigentlich? Bist du langsam Level 50? 47 immer noch. Ah, okay, du. Also du kommst langsam nah ran. Das ist doch gut. Okay, Pistole habe ich. MP habe ich. Dann nehme ich jetzt mal das Gewehr, dass ich da unendlich Munition kriege. So, Gewehr 2. Gewehr 3. Und Gewehr 4. Warum kann ich eigentlich nicht zwei Gewehre in einer Hand halten? Weithändig MPs. Das kann ich auf jeden Fall schon mal. Das hast du ja, glaube ich, auch, ne? Weithändig MPs. Äh, ja. Ich glaube, ich gucke mal. Okay, ich mache jetzt hier erstmal die Superstärke. Die Superstärke mache ich jetzt auch nochmal hoch. Nackdampf oder was? Mhm. Ich habe jetzt hier einen Dampfarmar. Den Rest lasse ich nochmal. Fahrzeuge. Habe ich nur noch die Monster Trucks. Die sind noch nicht freigeschaltet. Bandenfähigkeit. Auch alles super. Da wir jetzt mit einer Bande kämpfen, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Was war das hier? Bande Wiederbelebung. Das ist gut. Ich habe immer gedacht, dass es sich nur auf die, die du dann rufen kannst, die sehen. Aber anscheinend ist es ja auch die Peer zum Kinsey und so. Ich wollte gerade sagen, könnte gut möglich sein, dass das auch die... Also jetzt im Augenblick ist es ja gerade so. Mhm. So, Bande ist durch. Juhu. So. Boni, ja, warte, 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 warte. Boni, Boni ist auch nichts, okay. Okay, dann können wir ja, äh... Wir sind wieder zurück aufs Schiff und da müssen wir runter irgendwo. Da. Nääääh. Äh? Ah ja, hier unten. Ach, bei Pierce wahrscheinlich, ja? Ja, da, wo Pierce immer gesessen hat. Mit dem Billardtisch und so. Wo er immer noch sitzt. Donny. Oh Gott. Danke, dass du mit dieser Interviews aufgehauen würdest. Ich bin wirklich begeistert, dass du einen Outsiders Perspektive bekommst. Outsider? Was sprachst du denn? Ich war der Hauptcharakter von Saints Row 4. Du warst nicht in Saints Row 4. What? Es ist already out. Du warst nicht in es. Entendere. Du oder Matt? Oh, Matt und ich haben die Scheiße aus den Leuten gebeten. Enjoy the clip. Ja, ja. Ach, diese Unschuld. Ach, ja. Oh, hallo Donny. Du wirst sicher wissen, wie ein Mädchen trainieren, Donny. Diese Superpowers sind großartig. Jetzt müssen wir sie zu gutem Benutzen bringen. Mit Zinyak weg, die Dominatrix wurde die dominante AI der Simulation. Dominante AI? Okay. Ja. Okay. 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 Wollte ich extra über den Zaun springen? Bin einfach durch hier ran. Bremst du wieder? Ich wollte hier einmal die Stadt zeigen, aber nein, das ist keine Stadt. Ich bin da. Ich auch. Also fast. Ich war drüber. Oh Gott. Das war coole Klamotten. Gefallen mir. Auf dem Dach. Aua. Ja. 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 Ich hab den Panzer umgekifft Huch, was ist hier los? Oder so Hm Immer noch nicht Uh Flieg Engelchen, flieg Also dahinten ist irgendwo der Gegner Ich schmeiß mal nach Plopp Wie jetzt, er lebt noch? Das war sehr schlau von dir, den so weit wegzuschreiben Ja, ich dachte, der... Ja, ah Ich hab einen Bug Das war's 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 Ich seh dich nicht Das war's 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 Und er hat reingeschoben Einmal 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 Ich trake schon Warum das? Kommt noch welche? Erinnerst mich, warum auch du nicht getötet hast? Ich bin zu smart für sie. Und ich war immer etwas verletzt, der Boss dachte, ich hätte fallen, um eine Art Trappe zu halten, um mich aufzuhalten. Nicht schuldig auf mich, schuldig auf das Skript! Das ist keine Entschuldigung. Eigentlich ist es so. Alles klar, du könntest das Skripte verändern. Jetzt schau, das ist die beste Teil. Ich glaube aber, die kommen immer wieder. Nope. Jetzt ist hier Ruhe. Alles klar. So, dann machen wir mal eine kurze Pause, würde ich sagen. Äh, wo bist du denn? Da. So! Die, äh, oh bella. Die Dominatrix hat natürlich keine, oh. Ich glaube, du hast doch recht. Wir müssen schneller, wir müssen schneller anfangen. Oder aufhören. Okay. Also, beim nächsten Mal, wenn ich weg bin. Kaching! So! So! Jetzt sind alle weg. So, okay. So, ähm, ja, also. Ja, warte, ja, irgendwie. Bis gleich. Bis gleich, tschau. So! So!